lia zurück so weiter geht es ist schon gewann ja hier in schlüsselstein holen einmal so beliebt lief langen gott ihr seid zurück nein ich bin der letzte kotringi ich sollte zu meinem volk zurückkehren es gibt ein ritual um den schlüsselstein an euch weiterzugeben auch wenn es meinen tod bedeuten würde lasst mich euch den schlüsselstein geben dann hätte mein überleben bis hierhin wenigstens einen sinn gehabt wenn ihr den schlüsselstein absorbiert wird auch ein teil der kotringi weiterleben gesundheit wiederherzustellen nutzt diesen schlüsselstein sinnvoll ich mache als briefbeschwerer aber noch mal so klein von sich nicht mal alleine geht noch weiter nicht fertig weiter oder was mit schalter mutige akzeptieren und das sprich ja hier war eine weile weg wie lief es ihn absorbiert ja sowas mache ich endlich bei uns weiter jetzt wird völlig gemacht sehr schön 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 spring noch mal ja 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 aus ich mein kaffee gerade so was ähnliches wie schwarzen kaffee und zwar wachse cola so ein wetter mit 20 grad warm ist die denn ob wir ja siehst du schon da siehst du schon seit gegrüßt ja schon jetzt abgeschlossen ok das auf 40 ich werde nicht fähig haben soweit jetzt ihr seid die heldin die strahl für den tod ja wirklich weil ich das etwa ich bin hier ein bisschen da wo sie können aber kommt das ist wichtig nach so leicht da sein hinter dem weg schreien soll die tics genau wie ich das dingel sie keine arbeitsrequests weil ich gerade nicht mehr bin komisch ist kein aber zum queschen wie es eigentlich ihr solltet nicht wieder hinausgehen der sumpf ist wahnsinnig geworden der baumhärte braucht uns ich sie keine weit zurück bist es wird aber es doch geht mit offenen augen ja es kann ich auch nicht misst im morgen die agonien auf den würgern drei stupe da ist einer ein bisschen nervig ja auch dieses nächste ich danke euch sehr ja ja ich weiß ich bin gut wer unten stand sie doch da ist sie ja hallo ich muss die mülle auf meine kapitel ist auch ein boss finden für die mülle hoffentlich suchen weiter geht's x immer wurzel gefunden das was ich brauche da ist noch ein haufen nachher was jetzt gefunden immer nicht ein panzer auch schon Geschickte Knöchel, wer ist denn das? Was ist denn das im Buch? Schade. Oder? Schade. Äh, Geschickte Knöchel, wo bist du? Da ist sie doch. Was für'n Riemen, für'n Gürtel, ach auch schwer, man, also alle schwer. Nee, nee, das wollen wir nicht. Hm, ah. Was ist das für'n Riemen? Ja, ich will, nebenbei ein bisschen. Das finde man nämlich mit Dreieck. Ach. Ah, finde ich, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. doch alles alle nach und nachfällig war nicht schlecht das müssen aber westen es meine ich auch noch nicht hört ich heiße gut die beiden hkw hhh hh 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 gut und die als auge ohne stopp mir ist ja gar nicht gut das übersehen die zonaschaft mädchen doch jeder und ist auch blöd bekannt gebe ich übersehen asch auch mein haupt aber es war nun anschließt wenn ich bei der mir einfluss aus tiefgräber das tiefgräber sehr schön so dass man mit parash reden ja wenn ich mal da hinkomme kommt würde machen wir noch aber das ist kein art für die lehrer nicht die reisen fünf stück okay das machen wir in der nächsten folge von eso bis dahin schön äh 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 Bis zum nächsten Mal.